Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner Adventsreihe. Heute zeige ich euch ein paar schöne und einfache DIY-Geschenkideen. Ich wurde auch darum gebeten, darüber zu sprechen, wie wir die Vorweihnachtszeit möglichst stressfrei gestalten können. Und genau das ist mein Tipp, etwas selber zu machen und kreativ zu werden. Macht super viel Spaß. Mich hat das total glücklich gemacht und ich habe mich danach sehr ausgeglichen gefühlt. Bis auf die erste Idee kann alles verbraucht werden. Das ist auf jeden Fall mit Minimalismus vereinbar. Es sind sehr einfache Ideen, ihr braucht also nicht viel Zeit dafür. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als komplizierte DIYs, für die wir extra Materialien einkaufen und die Reste davon enden dann als Gerümpel im Schrank. Es geht auch nicht darum, meine Ideen eins zu eins umzusetzen, sondern das ist viel mehr als Anregung zu verstehen. Ich habe nämlich zuerst überlegt, wen ich beschenken möchte, was diese Person mag, was benutzt sie regelmäßig, was braucht sie, worüber würde sie sich freuen. Und dann habe ich zu Hause geschaut, was ich so da habe und woraus ich etwas entsprechendes machen könnte. Daraus sind die Ideen entstanden, die ich euch jetzt gleich vorstellen werde. Vielleicht habt ihr ähnliche Dinge zu Hause, vielleicht habt ihr aber auch andere Dinge, aus denen ihr etwas machen könnt. Meine erste Idee ist ein Ableger oder Steckling von eurer Topfpflanze. Eine sehr schöne und süße Geschenkidee. Je nachdem, welche Pflanze ihr zu Hause habt, funktioniert das natürlich anders. Bei meinem Geldbaum ist das ziemlich unkompliziert. Der ist aus einem Steckling entstanden, den meine Mutter mir vor über 12 Jahren mitgegeben hat und seitdem vermehrt er sich ohne Ende ganz von alleine, ohne dass ich irgendwas mache. Diese Pflanze begleitet mich schon mein gesamtes erwachsenes Leben. Die hat mehrere Unzüge mitgemacht und inzwischen habe ich auch eine emotionale Bindung zu ihr und deshalb ist es wirklich was Besonderes, wenn ich die verschenke. Meine Deo-Creme ist auch ein tolles Geschenk, vorausgesetzt, dass die zu beschenkende Person sich für sowas interessiert oder sich das sogar wünscht. Sonst kann es natürlich falsch rüber kommen, ein Deo zu verschenken, wenn ihr wisst, was ich meine. Die besteht auch nur aus drei optional vier einfachen Zutaten, die ihr wahrscheinlich schon zu Hause habt. Wenn ihr dazu eine ausführlichere Videoanleitung sehen wollt, verlinke ich euch die mal in der Beschreibung. Selbstgebackene Plätzchen sind natürlich ein Klassiker. Wenn ich Plätzchen backe, dann immer diese. Das Rezept verlinke ich euch auch mal in der Videobeschreibung. Die bestehen nur aus drei einfachen Zutaten, die ihr wahrscheinlich schon zu Hause habt. Ihr braucht dafür auch keine Ausstechformen. Ich besitze zum Beispiel gar keine. Die sehen hübsch aus und schmecken auch sehr gut. Dann habe ich als Alternative noch ein salziges Gebäck. Das wollte ich schon lange ausprobieren und zwar habe ich ein bisschen experimentiert und aus Sesam, Leinsaat und Kürbiskernen ein salziges Gebäck gemacht. Ich habe einfach Leinsaat im Mixer geschrotet, mit ein wenig heißem Wasser aufgegossen und quälen lassen und das dann verwendet, um die Zutaten zu binden. Gewürzt habe ich einfach mit etwas Salz und Pfeffer und da ich den Geschmack von Leinsaat und Kürbiskernen nicht so gerne mag, habe ich das Ganze nochmal mit Sesam und der gequollenen Leinsaat probiert. Das hat mir persönlich noch besser geschmeckt. Ich habe kleine dünne Thaler geformt und sie bei 175 Grad eine halbe Stunde gebacken. Die Wartezeit kann zum Beispiel genutzt werden, um ein Hörbuch anzuhören und an dieser Stelle möchte ich meinem Langzeitpartner Blinkist für das Sponsorn des heutigen Videos danken. Blinkist ist eine App, mit der ihr die Zusammenfassungen von Sachbüchern oder auch Hörbücher in voller Länge anhören könnt. Neben 26 anderen Kategorien gibt es auch eine zum Thema Achtsamkeit und Glück, auch mit kuratierten Listen. Ich höre mir manche Zusammenfassungen auch mehrmals an oder sie helfen mir auch zu entscheiden, welches Buch ich in voller Länge lesen möchte. Zuletzt habe ich die glückliche Gesellschaft von Richard Layard angehört. Wenn ihr Blinkist testen wollt, erhaltet ihr auf blinkist.de slash minimalmimi 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt aber auch alles 7 Tage kostenlos testen. Ein gutes Speiseöl ist ein schönes Geschenk für eine Person, die gerne kocht und hochwertige Zutaten schätzt. Ich dachte, ich mache daraus noch etwas Besonderes und zwar ein aromatisches Knoblauch-Kräuteröl. Die Knoblauchzehen habe ich einfach geschält und ich verwende getrocknete italienische Kräuter. Vielleicht habt ihr ja sogar Topfkräuter, dann könnt ihr zum Beispiel einen ganzen Thymianzweig verwenden. Das sieht noch besser aus. Ich habe das Ganze mit Rapsöl aufgegossen und bis Weihnachten kann das dann auch noch gut durchziehen. Badebomben kann man ganz einfach selber machen und ich hatte tatsächlich alle Zutaten dafür zu Hause. Ich habe nur eine einzige Badebombe gemacht, weil ich nur eine Person kenne, die sehr gerne badet. Ich habe erstmal Natron, Zitronensäure und Speisestärke vermischt. Dann habe ich etwas Kokosöl geschmolzen und ein paar Tropfen ätherisches Öl für den Duft dazu gegeben. Ich hatte noch so ein Fläschchen Lemongrassöl und das flüssige Öl habe ich dann nach und nach zu den trockenen Zutaten dazugegeben. Wirklich sehr, sehr vorsichtig, weil sonst das Natron und die Zitronensäure miteinander reagieren und diesen Effekt wollen wir ja erst später in der Badewanne haben. Ich habe mit den Händen eine Kugel geformt, das Ganze gut zusammengepresst. Dann habe ich in meiner Teeschublade nachgeschaut, ob ich darin etwas zum Dekorieren finde und ich habe mich für diese schönen Rosenblütenknospen entschieden. Die Kugel lässt man dann einfach ein paar Stunden trocknen und die wird dann richtig fest. Jetzt kommen wir zu meiner liebsten Geschenkidee. Selbstgegossene Duftkerzen aus recyceltem Wachs. Alles, was ich dafür brauchte, hatte ich schon zu Hause. Eigentlich ist das sogar ein Upcyclingprojekt, weil ich aus den Resten langweiliger weißer Stumpenkerzen schöne Duftkerzen gemacht habe. Die gesammelten Wachsreste habe ich eingeschmolzen und etwa 15 Tropfen Duftöl dazugegeben. Den Docht habe ich auch tatsächlich selber gemacht aus Klopapier. Ich habe hier nur den Fehler gemacht, dass der Docht für die kleine Kerze viel zu dick ist. Ich hätte das Blatt noch zweimal mehr teilen sollen, also ein Achtel von einem Blatt Klopapier statt der Hälfte hat die richtige Dicke. Das Klopapier wird eingedreht und nochmal in Wachs getaucht. Ich hatte noch leere Schraubgläschen und den Docht habe ich mit einem Essstäbchen fixiert. Dekoriert habe ich wieder mit Rosenblütenknospen und ich habe die Kerze natürlich auch schon getestet und sie brennt wirklich sehr gut ab. Also ich werde nie wieder Wachsreste wegschmeißen und am Silvester kann ich die auch zum Wachsgießen verwenden. Das habe ich letztes Jahr auch schon gemacht. Ja, das waren meine DIY-Geschenkideen. Ich habe jetzt nichts so richtig verpackt. Ich fand das so ganz passend, aber vielleicht kann ich euch ja nächste Woche ein paar Ideen vorstellen, wie wir Geschenke schön und nachhaltig verpacken können. Ja, ansonsten würde mich interessieren, ob ihr generell Geschenke selber macht. Schreibt es in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!